Ja, ihr Lieben, einen schönen guten Abend. Ich sage immer jetzt diese Tage, wo ich hier bei euch in Österreich bin, in eurer Sprache und eurem Dialekt kann ich nicht sprechen. Und wenn ihr miteinander so schnell spricht, dann verstehe ich fast auch nicht. Ich muss immer den Leuten sagen, bitte Hochdeutsch mit mir sprechen. Ich bin einer von den Russlandsdeutschen. Wir leben jetzt mit meiner Familie in Deutschland, schon seit über 20 Jahren. Aber ursprünglich komme ich aus der ehemaligen Sowjetunion. Also, einer von den Russlanddeutschen, bin in Kasachstan geboren. Aber wenn man die Geschichte noch weiter nach hinten abspült, kann man herausfinden, dass bei der Katharina der Große, die russische Zarin, das war eine russische Zahl, aber eine Deutsche hat damals die Deutschen eingeladen, an der 1764, hat die Deutschen eingeladen, nach Russland zu kommen, um zu helfen, die Wirtschaft aufzubauen. So gingen damals meine Vorfahren von Deutschland nach Russland und sie bekamen Land und sie waren auch Christen. Dann später, als der, an der 1917 die Kommunisten zur Macht kamen, wurde die ganze Wirtschaft bei ihnen alles weggenommen. Sie durften noch in ihren Häusern bleiben, aber sie mussten in den Kolchosen arbeiten gehen. Als dann später der Stahl, so Mitte 20er, dann Anfang 30er Jahre, wo der Stahl zur Macht kam, wurden die Kirchen geschlossen und die Pastoren alle ins Gefängnis gesteckt. So kamen damals mein Großvater und Urgroßvater ins Gefängnis und sie kamen auch nie mehr wieder zurück. Ich habe sie nie gesehen, aber, und wir hatten auch jede Spur von ihnen verloren, schon alles an der 1990, 1991, wo Gorbatschow die Freiheit gab und dass wir zu den Archiven ran konnten. Da haben wir es herausgefunden, wo sie erschossen waren und wo sie beerdigt sind, wissen wir bis heute nicht. Das, was ich schon herausgefunden habe aus meiner Vorfahren Geschichte, dass ich heute in der sechsten Generation schon Pastor bin. Als der Zweite Weltkrieg kam und da wurden sie aus ihren Häusern rausgetrieben und nach Kasachstan, nach Asien deportiert. So kam damals meine Oma, mein Vater, Mutter, die kamen nach Kasachstan. Dort bin ich schon geboren, in Kasachstan. Es war sehr streng verboten, Deutsch zu sprechen. Aber Oma hat das mit uns trotzdem heimlich zu Hause gemacht, mit uns Deutsch gesprochen und hat uns das Lesen, Schreiben in Deutsch beigebracht. Später, als er in die Schule ging und bei uns ab der fünften Klasse war Deutsch als Fremdsprache und ich habe nie den Unterricht besucht, weil ich Deutsch besser konnte als meine Lehrerin. Und ihr war das immer so peinlich und dann hat sie mich immer nach Hause gelassen. Ich sage immer, wir waren dort, in der ehemaligen Sowjetunion waren wir immer die dritte Sorte. Wir waren die Deutschen, die Faschisten. Wir waren nie zu Hause. Die Deutschen wurden immer verfolgt. Auch später, dann auch schon nach dem Krieg. Und 1988, wo die Grenzen, der Gorbatschow die Grenzen aufmachte und meine ganze Verwandtschaft ging nach Deutschland. Und als wir nach Deutschland kamen, dachten wir, jetzt sind wir zu Hause. Aber jetzt in Deutschland sind wir die Russen. Sind wir wieder nicht zu Hause. Aber es gibt ein Zuhause, wo ich schon ganz bestimmt zu Hause sein werde. Und das ist dort droben. Mein Vater war auch Pastor. Und ich bin nicht der Einzige in der Familie. Wir sind fünf Geschwister. Ich habe noch zwei Brüder und zwei Schwestern. Und die Eltern haben uns immer zur Kirche, zum Gottesdienst mitgenommen. Nicht nur am Sonntag, auch in der Woche. Es war auch verboten. Es war ein Gesetz in der ehemaligen Sowjetunion, dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürften nicht in der Kirche sein. Ich habe es als kleiner Junge oft miterlebt, wo mitten in den Gottesdienst die Polizei reinkam. Leute von der KGB stoppten den Gottesdienst und haben die Kinder und Jugendliche alle rausgejagt. Unser Vater ist dann jedes Mal aufgestanden und hat gekämpft für uns und hat gesagt, jedes Mal, meine Kinder bleiben hier. Ich bin der Vater und ich habe das Recht. Natürlich musste er jedes Mal, wo wir im Gottesdienst blieben, musste er Strafe bezahlen. Aber er hat es als Straf nie angenommen. Er bezahlte natürlich das, oder gab das Geld raus, aber wenn jemand ihn dann später gefragt hatte, hatte er immer gesagt, ich habe jetzt in meine Kinder investiert. Er zahlte die Strafe oder investierte in uns, dass er die Strafen bezahlte, dass wir in der Kirche bleiben durften. In unserer Familie wurde immer gebetet. Das war einfach Gewohnheit. Wir haben uns nie am Tisch gesetzt zum Essen ohne Gebet. Wir sind nie schlafen gegangen ohne Gebet. Sogar nach draußen als Kinder, um draußen zu spielen, konnten wir so einfach gar nicht. Die Eltern haben uns erst gerufen, kurz für uns gebetet, uns gesegnet und konnten wir raus. Und ich war das so gewöhnt, dass ich dachte, dass alle so leben, als kleine Junge. Als dann später wir, ich zur Schule musste, in die erste Klasse, wurde uns das vorgebracht, wenn der Lehrer oder die Lehrerin in die Klasse reinkommt, mussten wir alle aufstehen. Hattet ihr wahrscheinlich auch so gemacht. Und ich bin gerne aufgestanden, weil ich eine ganz andere Meinung hatte als kleiner der Erstklässler, weil ich ganz anders erzogen war. Ich dachte, wir stehen alle auf, die Lehrerin kommt rein und sie wird mit uns beten und dann werden wir den Unterricht anfangen. Und als die Lehrerin dann reinkam und sagte, guten Tag, sitzt euch, konnte ich gar nicht verstehen, warum sie nicht gebetet hat. Ich war so erzogen. Der Vater, als er dann spätestens abends von der Arbeit zurückkam, musste mir das noch lange erklären, warum sie nicht gebetet hat. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Die Schule habe ich dann später fast ausgezeichnet, beendet, durfte aber nicht weiter in die Hochschule, in die Uni, weil ich erstens als Deutscher war, war schon schlimm. Und das Zweite war noch schlimmer, als Deutscher zu sein. Wir waren Christen. Wir waren ja mit dem kommunistischen Regime nicht verbunden. Und ich konnte nun Beruf lernen und weiter arbeiten gehen. Aber ihr, Lieben, ihr braucht mich gar nicht sehr bedauern. Die russischen Diploms, die sind hier im Westen sowieso nicht anerkannt. Ich habe nichts verloren. Aber damals war das nicht so einfach. Aber so ging unser Leben. Ich habe nie in meinem Leben geraucht. nie Alkohol getrunken. Ich konnte jetzt vieles was noch so erzählen. Menschlich gesehen haben wir ein sehr ordentliches Leben geführt. Und vielleicht jemand denkt jetzt, na, jetzt lobte sich so ein ordentlicher Mensch. Es gab ein anderes Problem in meinem Leben. Wenn es bei uns in der Kirche, wo mein Vater als Pastor diente, das Thema ging, dass man Jesus kennenlernen muss, die Sünden bekennen muss, da habe ich immer so eine Meinung gehabt, die da draußen rumlaufen, die müssen das machen. Aber ich bin ja so brav. Nach meiner Meinung sollte der liebe Gott mit mir zufrieden sein. Schon mit jemand, mit jemand, aber mit mir schon ganz bestimmt. Das war meine Meinung. Habt ihr schon wahrscheinlich solche gesehen in eurem Leben oder getroffen? Ich war einer von denen. Eines Tages haben wir das mitbekommen, dass unser Vater schwer krank wurde. Er wurde krebskrank. Und vor dem Tag, wo wir das mitbekommen haben, bis zu seinem Tod vergingen vier Monate. Sein Leben ging sehr schnell zu Ende. Er lag schon im Bett, konnte nicht aufstehen, nach Operation, Chemotherapien, Bestrahlungen und, und, und. Ihm ging es schon ganz schlecht. Er war schon ganz schwach. Und wir verstanden, dass alles sein Leben zu Ende ging. Eines Tages früh am Morgen bat er, dass wir zu seinem Bett kommen sollten. Ihm ging es so schlecht und er verstand, dass jetzt der letzte Tag seines Lebens auf dieser Erde ist. Und er wollte Abschied von uns Kindern nehmen. Wir kamen dann auch zu ihm ran. Nach dem, von dem Kleinsten bis zum Ältesten, einer nach dem anderen, kamen wir so ran zu ihm. Er gab für jedem ein Segenswort. Einen Wunsch für uns ins Leben. Legte seine Hand auf jedem, betete dann noch kurz, er segnete uns ins Leben. Damit nahm er Abschied von uns. Als ich dann an der Reihe war, ich kam zu ihm ran, er schaute mir so traurig in meine Augen und sagte, Andreas, ich möchte dir was sagen. Wenn du Jesus persönlich nicht kennenlernst in deinem Leben, werden wir uns nie mehr sehen. Er legte seine Hand auf mich, betete kurz und in ein paar Minuten war er weg. Er starb dann auch. Dass ich erzogen war in der christlichen Atmosphäre, konnte ich ja den Sinn seines Wortes sehr gut verstehen. Ich verstand ja, dass er jetzt heimgegangen ist, zum himmlischen Vater im Himmel gegangen ist und wenn wir uns nie mehr sehen werden, ist für mich nur noch ein Weg. Stellt euch mal vor, wohin? In die Hölle. Das konnte ich sehr gut verstehen, was er meinte. Und stellt euch mal vor, zu wem das gesagt worden war. Zu dem, der so stolz über sich war. Nach meiner Meinung sollte der liebe Gott mit mir zufrieden sein. Und jetzt sagt mein eigener Vater, dass wir uns nie mehr sehen werden. Er hat mich in die Hölle geschickt. Und wann hat er es noch gesagt, kurz vor dem Tod, ich kann ja gar nicht widersprechen. Ich kann ihm nichts bestätigen. Ich kann ihm, ich kann mich gar nicht rechtfertigen vor ihm. Er ist ja weg. Ich war so zornig auf ihn, ich war so beleidigt auf ihn, dass ich an der Beerdigung auch gar nicht geweint habe. Wie konnte er sowas sagen? Es vergingen noch ein paar Jahre nach seinem Tod und eines Tages am Sonntagabend in der Kirche, wo mein Vater mal diente, am Abend Gottesdienst, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und das war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Bis heute habe ich es nicht bereut. Ich sage immer, meine Lieben, wir werden ja mit jedem Tag älter, oder? Ich sage immer, liebe Frauen, ihr könnt euch schminken, wie ihr wollt. Dadurch werdet ihr nicht jünger. Schade, ja? Hübscher vielleicht, aber nicht jünger. Wir werden älter. Und desto älter wir werden. Und zurück in unser Leben schauen, ist uns vieles, was schade, was wir angerichtet haben in unserem Leben. Oder? Ältere Generation. Dann schaust du zurück und denkst, Mensch, was habe ich da gemacht? Und warum war ich mit dem verbunden? Und warum bin ich dorthin gefahren? Und warum habe ich das gemacht? Ist vieles, was schade. Aber die Zeit ist vorbei und du kannst schon nichts ändern. eins, was uns nie schade sein wird, das ist die Zeit, was wir Jesus gegeben haben. Das wird uns nie schade sein. Es wird nur schade sein, es sollte man früher das alles machen. So fing mein neues Leben an. Als ich dann 18 wurde, wurde ich in den Militärdienst eingezogen, in der ehemaligen Sowjetunion. Damals war es auch Pflicht. Es gab keinen Zivildienst. Ich musste zwei Jahre als sowjetischer Soldat in die Kasernen dienen und wurde von Kasachstan nach Sibirien geschickt. So kam ich das erste Mal nach Sibirien. Es gibt Westsibirien, es gibt Ostsibirien. Da in der Nähe unten an der ich dachte die Karte ist drauf und unten entlang der Transsibirischen Eisenbahn am Baikalsee da wo wir stationiert waren in unseren Kasernen und als nach einem halben Jahr ich aus der Kaserne raus konnte ich kam am Wochenende frei und ging in die Stadt eine Stadt mit 400.000 Einwohner und ich war ja Christ. Ich wollte zu einem Gottesdienst. Mir war schon egal welche Kirche, welche Gemeinde Hauptsache zum Gottesdienst. Drei Sonntage nacheinander suchte ich um eine Kirche zu finden und ich fand nichts. Sogar die russische Orthodoxkirchen die waren alle abgebrochen. Der Kommunismus hat seine Arbeit gemacht. Und das hat mich so bewegt am dritten Sonntag schon am Abend ich wollte das schon aufgeben habe nichts wieder gefunden und stand auf der Bushaltestelle und wollte wieder zurück in die Kaserne fahren. Und an der Bushaltestelle stand eine ältere Frau. Ich war in der Uniform und sie war ein bisschen neugierig, fragte wer ich bin, von wo ich komme und was ich mache und so kamen wir ins Gespräch und ich fragte bei ihr ob es in der Stadt Christen gibt. Sagt sie ja, ich kenne etliche Christen aber sagt sie das ist eine Untergrundkirche sie versammeln sich irgendwo am Stadtrande heimlich und hat mir eine Adresse gegeben und ich nahm gleich ein Taxi und fuhr dorthin und habe sie tatsächlich gefunden es war eine kleine Gruppe Untergrundkirche sie waren offiziell nicht registriert bei dem Staat haben sich heimlich in Privathäusern versammelt es waren 17 Leute und nur Frauen keine Männer die Männer waren wahrscheinlich alle im Gefängnis weiß ich nicht aber es waren nur Frauen und die Jüngste waren 79 und das hat mich so bewegt ich sagte das kann doch nicht sein eine Stadt mit 400.000 Einwohnern und keine Kirche und zum Schluss war es wirklich so dass es in der ganze Stadt nichts mehr gab und das hat mich so bewegt dass ich im Gebet zu Gott sprach und sagte Jesus wenn das dein Wille ist dann will ich wieder zurückkommen und diese Arbeit hier aufbauen so kam ich an der 89 an der 88 gingen dann die Grenzen auf und meine ganze Verwandtschaft ging nach Deutschland ich ging nicht nach Westen sondern nach Osten wieder zurück von Kasachstan nach Sibirien da unten am Baikalsee entlang der Transsibirischen Eisenbahn wo ich da ankam wieder zurück meine Frau habe ich dort kennengelernt sie ist keine Deutsche ist eine Ukrainerin aber ist dort in Sibirien geboren weil mein Schwiegervater hat zehn Jahre im Gefängnis gesessen als Christ als Pastor wurde in der Ukraine in der Khrushchevs Zeit ins Gefängnis gesteckt in der Ukraine und wurde nach Sibirien geschickt 1971 wurde er freigelassen aber durfte von Sibirien nicht weg kein Brief wechsel mit den Verwandten nichts musste dreimal pro Tag egal welcher Tag Wochenende Feiertage dreimal pro Tag musste er sich jahrelang bei der Polizei melden und sie sind dann auch dort geblieben in Sibirien ist heute noch am Leben lebt die Leben dort alle in Sibirien aber meine Frau habe ich damals dort kennengelernt dort sind unsere Kinder geboren wir haben sechs Kinder und schon vier Enkel Aber so ging die Arbeit damals los und wir gingen erst entlang der Transsibirischen Eisenbahn aber auch weiter nach Norden Ich sage immer entlang der Transsibirischen Eisenbahn gibt es Straßen weiter nach Norden gibt es keine Straßen mehr In Sibirien gibt es nur Richtungen Da ist überall Sumpf die Taiga weiter hinter dem Polarkreis die Tundra Viele fragen mich dann auch was für ein Unterschied Taiga Tundra Taiga das ist der U-Wald Tundra ist hinter dem Polarkreis und da gibt es schon keine Bäume keine Sträuche das ist nur eine Schneewüste Da kann man hunderte Kilometer fahren wie eine Wüste Und so gingen wir auch weiter nach Norden und deswegen dass es keine Straßen gibt das ist überall Sumpf im Sommer kommt man gar nicht rein nur mit dem Hubschrauber und deswegen haben wir immer auf den Winter gewartet wenn alles angefahren ist und einfach über Eis und Schnee gefahren brauchen auch gar nicht Angst haben dass der Baikal See selbst der Baikal See wenn man auf der Karte schaut so nach oben von unten nach oben ist 600 Kilometer lang die breiteste Stelle ist 80 Kilometer die schmalste ist 23 Kilometer und von der Tiefe über 2000 Meter ist der größte Süßwassersee der Welt ist auch eine sehr schöne Gegend es gibt ich schätze Stellen wo noch nie ein Mensch gelaufen war ja das ist der Baikal See das ist der Baikal See und kann man einfach im Winter über das Eis fahren braucht man auch gar nicht Angst haben dass das Eis durchbricht weil von dem starken Frost friert das Eis an der Tab zwei Meter dick ein und im Winter ist die ganze Navigation große LKWs fahren darüber und bringen in die Dörfer Baustoff und Sprit und alles wird nur im Winter rein transportiert und wir haben das dann auch genutzt es ist sehr kalt ich war jetzt seit diese über 30 Jahre sind wir Jahr für Jahr unterwegs ich bin jetzt vor einem Monat wieder zurück gekommen ich war zwei Monate da Februar März diese zwei Monate wir sind 16.000 Kilometer durchgefahren es war sehr kalt diesen Winter es war 62 minus 62 minus es ist kälter als bei euch im Kühlschrank sogar in der Kühltruhe es ist draußen kälter als bei euch dort ist natürlich eine ganz andere Luft es ist eine sehr trockene Luft aus dem Schnee kannst du keine Schneebälle machen weil das wie ein trockener Sand ist wenn du den Schnee so zusammendrickst aus die Finger auseinander dann schüttet das alles wie ein trockener Sand aus aber trotzdem ist es kalt 62 wenn du ein Glas Wasser nimmst und so in die Luft schüttest und drunter fällt schon Schnee aber dadurch kann man auch gut weit fahren was besonders ist bis heute funktioniert dort kein Handy es gibt dort kein Internet wenn du aus der Siedlung raus bist dann bist du abgeschnitten von der großen Welt ich sage immer ihr müsst mal mitkommen da kann man sehr gut Urlaub machen da findet euch keiner da kennt ihr euch mal ausruhen von der ganzen Information aber natürlich ist es sehr gefährlich mit einem Auto zu fahren wenn du wir waren jetzt dieses Jahr unterwegs auf einer Stelle waren wir dreieinhalb Tage unterwegs und in die dreieinhalb Tage haben wir 60 minus in eine halbe Stunde bist du verfroren deswegen muss man immer mit zwei drei Autos unterwegs sein wenn mit einem was passiert ist hast du noch was aber damals wo die Arbeit anfing hatten wir nicht so viele Möglichkeiten noch so viele Erfahrungen und so ging das immer weiter und weiter an der 94 kam AVC hat wahrscheinlich jemand schon gehört von einer Missionsgesellschaft christliche Mission es gibt hier auch in Österreich eine Filiale von eigentlich hat das alles von Deutschland angefangen und AVC Aktionskomitee für verfolgte Christen und Notleidende und die Mission arbeitet heute in 60 Ländern der Welt Russland ist nur ein kleines Teil davon an 94 kam AVC auch dorthin nach Sibirien da haben wir uns kennengelernt und ich bin mit AVC bis heute verbunden bin heute verantwortlich für die russische Abteilung als Länderbeauftragter deswegen bin ich sehr oft in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion alles was russisch versteht Kasachstan Usbekistan Tadjikistan Tadjikistan und 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 so ging die Arbeit immer weiter heute haben wir in Ostsibirien Ostsibirien ist 40 mal so groß wie Deutschland wie größer als Österreich müsst ihr mal selbst ausrechnen 40 mal so groß wie Deutschland und damals als ich in die 89 dort ankam in der ganzen Gegend gab es nur zwei christliche Gemeinden oder Gruppen sie waren sogar nicht offiziell registriert bei dem Staat aber so fing die Arbeit eine neue Arbeit an entstand eine neue Arbeit und wir gingen immer weiter heute haben wir von AVC in Ostsibirien 150 Gemeinden wir haben heute 30 Reha Zentrums wo die Drogenabhängige und Alkoholiker die Reha machen zur Zeit haben wir ungefähr 700 Leute die Reha dort machen wir haben Schulen aufgebaut Kinderheime Kindergarten und Kinder oder Altenheime Pflegeheime und die Arbeit ging immer weiter und weiter meine Verwandte haben mich immer gerufen nach Deutschland zu kommen und ich habe es immer abgelehnt ich hatte immer keine Zeit nach Deutschland zu gehen wie wir nach Deutschland 2001 kamen aber wie wir nach Deutschland kamen das werde ich jetzt nicht erzählen aber so ging die Arbeit immer weiter was noch besonders wichtig ist hinter dem Polarkreis bis zum Polarmeer leben über 50 kleine Völker das sind Tschuktschen Jukagieren Nanaeize Jakuten Tofen und 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 über 50 kleine Völker sie gehören zu Russland müssen Russisch sprechen weil sie zu Russland gehören aber das sind Volksgruppen die ihre eigene Sprache ihre eigene Kultur haben und nur 30% von diesen Völkern sind mit dem Evangelium erreicht 70% haben noch nie was von Jesus gehört es gibt kein Internet sie haben nichts keine Verbindung nichts und wenn du da in die Dörfer reinkommst und anfängst von Jesus ihnen erzählen dann schauen sie dich an und sagen wer ist dieser Jesus und das wollen wir weitermachen als AVC auch ich besonders weil ich die Sprache kenne ja und wir wollen das weitermachen sterben einfach aus vor Ort gibt es keine Polizei keine Ärzte kein Gericht dann trinken sie Alkohol und wenn sie Streitigkeiten haben miteinander dann holen sie ihre Schießgewehre raus erschießen sich einfach und das ist das ganze Gericht oder wenn sie ein bisschen mehr Alkohol trinken dann schlafen sie im Schnee ein verfrieren da einfach ich konnte jetzt noch vieles was erzählen davon aber wir haben nicht heute so viel Zeit aber das wollen wir weitermachen und Jahr für Jahr wir haben dieses Jahr ein Dorf erreicht ganz da oben bei der Alaska Grenze und das heißt Nutepelmen könnt ihr euch mal behalten Nutepelmen und dafür beten Nutepelmen aus tschukottischer Sprache oder Eskimosen das ist die eins und dieselbe Volksgruppe Eskimosen sind in Alaska und Tschuktschen sind von dieser Seite aber die haben die eins und dieselbe Sprache und das ist eins und dasselbe Volk die haben Verwandte dort und da und bis jetzt dieser Krieg jetzt in der Ukraine bevor der Krieg da anfing durften sie immer da über die Grenze die Einheimischen weil sie Verwandtschaft haben da und das Dorf Nutepelmen aus tschukottischer Sprache bedeutet am Ende der Welt am Ende der Welt aber damals an die 89 wo die Arbeit anfing ging es immer weiter es war jetzt Januar 95 es war der 19. Januar das war Donnerstag ich war schon verhandelt wir hatten schon zwei Kinder und wir wollten von der Ostseite vom Baikalse etliche Dörfer besuchen da gab es schon kleine Gemeinden und wir wollten sie besuchen wie ich schon sagte einmal im Jahr kommt man in die Dörfer rein und wenn du in die Dörfer reinkommst dann kommt das ganze Dorf zusammen weil das ein großes Fest ist dass jemand an sie denkt und dass jemand von der großen Welt zu ihnen kommt ich nahm Abschied von meiner Familie damals zwei Mitarbeiter kamen mit wir waren mit einem Auto wir setzten ins Auto und fuhren dann auch los zum Abend kamen wir in das erste Dorf haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt und gleich in die Nacht rein fuhren wir weiter in das nächste Dorf wir kamen spätestens nachts dort an blieben dann über Nacht und den nächsten Tag am 20. Januar am Freitag haben wir den früh am Morgen am 21. Januar am Samstag fuhren wir weiter in das nächste Dorf und das war die letzte Stelle was wir in dieser Reise erreichen wollten und wir kamen dorthin ein Dorf das 60 Kilometer entfernt vom Baikalsee ist muss man einfach in die Taiga reinfahren wir kamen dorthin das war ungefähr halb 10 des morgens die Leute warteten auf uns auch schon wir haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt nach dem Gottesdienst gab es noch Gespräche etliche Fragen zu beantworten auch Privatgespräche und Fragen Privatfragen auch wegen der ganzen Arbeit dort vor Ort dann haben wir zusammen Mittag gegessen und um 16 Uhr nach Mittag machten wir uns auf den Weg nach Hause die Einheimischen baten uns dass wir nicht fahren sollten und wir konnten das auch verstehen erstens jetzt im Winter in die Nacht rein in die Taiga rein zu fahren ist eigentlich gefährlich wenn du aus dem Dorf raus bist du abgeschnitten von der großen Welt jetzt war es noch Wochenende so sind die Autos schon selten unterwegs und am Wochenende kannst du alles vergessen da kann ein Auto dir entgegen kommen in 1 2 oder 2 3 Tage und es schneite sehr doll das machte die ganze Strecke noch schlimmer und deswegen baten sie uns dass wir über Nacht bleiben sollten und schon früh am Morgen im Tageslicht fahren sollten aber wir waren bereit die ganze Nacht trotzdem fahren weil wir wollten am Sonntag früh morgens schon bei uns in der Stadt zu unserem Gottesdienst bei uns in der Kirche sein diese ganze Tage waren so ausgeschöpft alle waren so müde weil wir unterwegs waren oder im Gespräch mit Leuten weil sie so hungrig für die Gemeinschaft sind dann sind sie bereit die ganze Nacht durchzusprechen wir Tage alle waren müde ich saß am Lenkrad und ich sagte zu meinen Mitarbeitern macht die Sitze aus Nah der legt euch hin und schlaft solange ich fahren kann werde ich fahren dann werden wir uns abwechseln ich glaube wir waren aus dem Dorf noch nicht raus und dann schliefen sie schon und so mussten wir jetzt die erste 60 Kilometer aus der Taiga raus bis zum Baikalsee wir fuhren dann auch es waren ungefähr 20 23 Kilometer durch was sind das für Straßen sind die Bäume abgesicht die Erde ein bisschen gerade gemacht und das ist die ganze Straße im Schnee ist da eine Spur durchgefahren dann fährt man auf der Spur und wenn jemand entgegen kommt will keiner von der Spur runter wenn du von der Spur runter kommst ist 2 3 Meter tiefer Schnee und rauszukommen aus dem ganzen Schnee ist auch nicht so einfach aber für mich war das nichts was Neues ich war ja nicht das erste Jahr und nicht den ersten Tag auf solchen Straßen und wir fuhren dann auch langsam wie ich schon sagte 20 23 Kilometer waren schon durch es wurde langsam dunkel und in dieser Dunkelheit in diesem Schneefall kamen wir vom Berg runter gefahren ich sah wie zwei Autos mir entgegen kamen das Licht von den beiden Autos sah ich naja ok wenn ich das Licht von denen hier sehen konnten sie mein Licht von meinem Auto auch sehen ich kam ja vom Berg runter ich fuhr dann von der Spur zu einer Seite runter und konnte noch langsam fahren weil der Schnee noch frisch lag dann später wenn der starke Frost kommt dann kannst du gar nicht weiter fahren da musst du rückwärts oder rausgraben das ganze Auto rausziehen lassen aber jetzt konnte ich langsam fahren wir fuhren dann auch langsam wir kamen mit dem ersten Auto zusammen wir fuhren auseinander alles war ok aber von dem Wind von unseren beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft und in diesem Schneestaub konnte ich paar Sekunden nicht sehen ich wusste nur dass dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein bevor der Schnee sich legte dass ich was sehen konnte knallte es das war ein großer Lkw mit Kohlen geladen und der Fahrer war voll Alkohol besoffen das haben wir dann später mit bekommen er fuhr mitten auf der Straße hat uns auch gar nicht gesehen dass ich zu einer Seite runter gefahren war hat er unsere linke Seite angepackt und von diesem Zusammenstoß hat er unser linke Vorderrad gleich abgerissen von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen er wurde kurz nach hinten geschleudert mit seiner ganze Masse und unser PKW drehte sich so im Schnee auf 360 Grad rum und er drückte auf seine Gaspedal so kurz nach hinten geschleudert aber wieder nach vorne ein Rück nach vorne und mit seiner Kabine schlief das zweite Mal zu meiner Seite rein hat das Dach aufgerissen die ganze Scheibe das flog alles raus und ist quer über uns rüber geflogen mit dem Armaturenbrett mit dem Lenkrad von unserem Auto wurde ich unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden wir flogen dann von der Straße runter so sehen die Straßen aus eine Spur durchgefahren und man fährt nur auf der Spur und der ganze Schnee das flog mir alles ins Gesicht und ich verstand dass wir jetzt mit dem zweiten zusammengestoßen waren das erste Auto war weggefahren der Fahrer hat auch gar nicht gesehen was da hinten passiert ist ist auch gar nicht stehen geblieben wir flogen dann von der Straße runter er flog dann auch weiter von der Straße runter als sich dann alles beruhigte alles still wurde ich war in einem Schock Zustand ich spürte noch keine Schmerzen nichts ich sage immer wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren ich glaube wenn wir die ganzen Schmerzen gespürt hätten werden wir vor Schmerzen gestorben aber ich spürte noch keine Schmerzen mein erster Gedanken war was ist mit meinen Mitarbeitern ich drehte mich hier zu rechten hier vorne zu rechten saß Viktor auf dem ganzen Kopf hier als ich hat den Sitz auseinander gelegt und schlief und ich sah wie er aufsprang und versuchte die Tür aufzumachen sie war eingeklemmt und er versuchte ein paar Mal die ging nicht auf und ich sah wie er sich umdrehte mit dem Fuß gegen der Tür knallte die Tür ging auf und er sprang raus ok dachte ich wenn er rausgesprungen ist ist alles ok ich drehte mich nach hinten auf der hinterbank mit dem Kopf zu rechten schlief Serge und Serge ist weg dachte ich wo ist er jetzt von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen ich sah wie die Hintertür aufging Victor machte sie auf packte ihn an den Schultern und zog aus dem Auto raus und draußen fing sie an zu lachen dachte ich ok wenn sie lachen ist alles ok jetzt muss ich von hier raus aber zu meiner Seite kann ich nicht hier ist alles eingebogen ich muss zu jene Seite raus ich fing mich an zu bewegen dass ich unter dem Lenkrad raus konnte später haben meine das war wirklich noch ein Wunder dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war ich fing mich dann an zu bewegen dass ich unter dem Lenkrad raus konnte und als ich mich bewegte blieb mein linkes bein hängen das war hier oben gebrochen aber ich spürte noch keine Schmerzen ich sagte nur zu Victor holt mich bitte raus von hier mein Bein ist gebrochen ich werde es nicht mich darauf gelegt bisschen zugedenkt und fingen an zu beten es musste jetzt ein Wunder geschehen stellt euch mal vor wir sind mitten in der Taiga es ist dunkel es schneit es ist Wochenende und wir haben keine Verbindung mit der großen Welt und das nächste Auto konnte hier montags morgens vorbeikommen wir konnten hier einfach verfrieren es musste jetzt ein Wunder geschehen dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt und das war wirklich ein Wunder mir war es noch gar nicht kalt geworden das war auch ein großer Lkw der in der Richtung zu dem Dorf fuhr von wo wir kamen er blieb dann stehen Victor setzte sich rein mich haben sie da auch reingelegt sehr geblieb dann an der Unfallstelle weil Victor ihm versprochen hat wenn er ins Dorf kommt dann schickt er jemanden hierher und so fuhren wir wieder zurück ins Dorf und zum Glück gab es in diesem Dorf ein Krankenhaus als wir schon unterwegs waren ging der Schock langsam weg und ich fing an zu spüren starke Schmerzen hier von der linken Seite ich bekam keine Luft mehr alles tat so weh ich sagte nur zum Victor ich glaube meine Rippen sind noch gebrochen das tut alles so weh auf eine tragbare rauf die Krankenschwestern stellten sich alle rund um mir rum und sagten wir werden nichts machen ist kein Arzt da nach Sibiren ist das wahrscheinlich in Ordnung es war Samstagabend und sie hatten da wahrscheinlich nichts was besonderes zu tun und waren alle zu Hause die Ärzte zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof vom Krankenhaus und sie schickten ihn gleich um den Arzt zu holen und der Arzt war auch sehr schnell da weil das Dorf nicht groß ist aber in dieser Zeit wo wir auf den Arzt warteten spürte ich wie in meinen Augen langsam alles dunkel wurde mein Körper wurde so steif ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen sie gehorchten mir einfach nicht mehr mein gesundes Bein ist ein sehr komisches Gefühl dein Verstand arbeitet aber dein Körper gehorchte nicht mehr und irgendwo da von innen verstand ich dass ich jetzt langsam weg gehe mit einmal spürte ich ein Atem in meinem Gesicht und das war der Arzt der kam reingelaufen hat sich auch gar nicht ausgezogen und bückte sich so rüber über mir ich glaube wenn er gestanden hätte hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört aber er bückte sich rüber über mir den Atem spürte ich in meinem Gesicht mit einmal und ob ich überhaupt noch lebe die zweite Hand legte auf die linke Hand um den Puls nachzuprüfen und so rüber gebückt wie bei mir dreht den Kopf so plötzlich zu den Schwestern und ich hörte wie er noch sagte der Puls ist nicht mehr da er sprang dann auf fing laut was zu sagen zu schreien die Worte konnte ich schon nicht verstehen ich schätze er hat nur packten und entlang dem Flur mit mir so lief das klappern von ihren Schuhen hörte ich so von weiten von weiten da war ich weg meine lieben alles was ich jetzt weiter erzählen werde das haben mir später die Ärzte erzählt die Krankenschwestern die Entlassung Papiere was ich dann später aus dem Krankenhaus mitbekommen habe da ist das Bild und die Entlassung Papiere wo ich zum OP Saal als sie da ankamen haben sie meinen Anzug von mir runter gerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein sie wollten sehen was von innen ist wenn der Puls nicht da ist was von innen nicht in Ordnung als damit waren alle meine inneren Organe verrissen die ganze Därme Magen Milz das Zwergfell die Lunge verrissen und die ganze Därme das alles war hier und das Herz geschleudert drei Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reserven Blut der Arzt wusste gar nicht was weitermachen ok wenn das Herz stehen bleibt kann man so schnell gehen er hat sich dann entschieden hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt sie lief von Haus zu Haus um Spende zu suchen die Schwester war dann weg in dieser Zeit holten sie die ganze Organe raus fingen das Blut aus meinem Bauch raus zu schöpfen irgendwie durchzusieben und zurück meinen Aden rein zu lassen das hat mir schon später eine Ärztin erzählt als ich schon zu Hause war nach anderthalb Monaten war ich im Krankenhaus als ich schon zu Hause war sagt sie war als Ärzte als Dozenten in einer medizinischen Uni tätig aber besuchte unser Gottesdienst sie hat das mir dann später erzählt sagt Andreas als ich das zu hören bekam standen meine Haare zu Berge medizinisch kann man das Blut verarbeiten aber dazu braucht man Geräte und die Geräte und wenn das in deine Lunge in dein Herz in dein Gehirn reinkommt kann man alles vergessen ich fragte sie dann auch diese Ärzte sag ich wenn die Ärzte das wussten dass es unmöglich war warum machten sie denn das sagt sie ja was sollten sie noch machen oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so sie hatten ja keine Auswahl sie gingen einfach das Risiko zu nichts funktionierte haben dann festgestellt dass mit mir alles zu Ende war legten die ganzen Organe wieder einfach so rein macht meinen Körper auf vier Klammern zu legten meinen Körper auf die tragbare rüber deckten mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus dort sollte mein Körper zwei Stunden liegen bleiben um weiter in die Todeshalle zu transportieren meine Lieben so blieb mein Leben auf dieser viele Leute in unserer Welt die heute eine Meinung haben und sogar glauben daran dass mit dem Tod alles zu Ende wäre wenn jemand heute von uns auch so eine Meinung hatte möchte ich sie heute enttäuschen meine Lieben mit dem Tod ist nicht alles zu Ende mit dem Tod ist nur der Anfang Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben 20 30 50 vielleicht 90 Jahre aber das ist eine Zeitpunkt wo wir uns vorbereiten sollen für unser ewiges Leben und ich und du mein lieber Freund wir werden ewig leben ob du das willst oder nicht willst glaubst oder nicht glaubst von uns hängt das nicht ab das ist Gottes Plan wir werden ewig leben es steht nur die Frage wo oder dort oder dort wie wichtig ist es in diesem Moment fertig zu sein aber kommt wir kommen mal zurück zu dem Punkt wo mein Herz stehen blieb gelassen meinen Körper das interessierte schon sowieso keiner mehr als mein Herz stehen blieb spürte ich wie ich aus meinem Körper raus gegangen war und das war so natürlich wie man aus einem Zimmer raus geht ich hatte keine Gefühle dass ich tot war ich konnte sehen hören fühlen mich bewegen so wie immer was besonders war ungewöhnlich dass in jeder Richtung sich bewegen konnte nicht nur so wie auf Erden ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen vor mir sah ich mit einmal die Decke es ist ein sehr interessantes Gefühl und für uns hier auf Erden schwer zu verstehen aber in paar Worte ich kann meinen Arm verlieren aber ich bin ja hier ich kann meine Beine verlieren aber ich bin ja hier ich kann meine arme Beine verlieren aber ich bin ja hier mein Lieben das ist nur unser Körper unseres ich wird nie sterben das wird immer leben und ich fing nach oben zu steigen vor mir sah jetzt hin das wird mich jetzt aufhalten ich kam bis zur Decke und ich ging mit einmal durch sie durch sie störte mich nicht ich ging durch das Dach vom Krankenhaus das störte mich auch nicht und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus ich schaute runter und wieder stört mich nichts kein Dach keine Zwischenwände ich kann alles detailliert sehen was in dem Krankenhaus passiert ich sehe den OP Tisch meinen Körper auf dem Tisch zu liegen und die Ärzte versuchen mit meinem Körper was zu machen elektrische künstliche Beatmung ärztlich gesehen sie versucht mich wieder zurück ins Leben zu bringen aber wie ich das von der Seite gesehen habe dachte ich was wollen sie mit meinem Körper ich will nicht mehr zurück mir geht es so schön mir tut nichts mehr ich will nicht mehr zurück und dass ich das so mir alles anschaue wie die Ärzte versuchen mit meinem Körper zu machen höre ich mit einmal ein singen ein singen das von allen Seiten kam von oben von unten von vorne von hinten von rechten von linken von allen Seiten ich werde heute keine Worte finden das zu beschreiben meine Lieben hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört das ist was grandiöses ich habe mal Musik studiert ich bin kein professioneller Musiker aber ein bisschen weiß ich was Musik ist aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört das singt der ganze Himmel das singen Engel das singen schon die die dort sind ich sage immer wenn wir mal dorthin kommen werden wir mitsingen ich höre das singen und dass ich so runter schaue dachte ich wir kann hier noch singen ich hob meine Augen auf schaute so nach vorne das singen kam auch von anderen seiten aber ich schaute nach vorne und von weiten sah ich eine grussische Menschen in weißen glänzenden Kleidern sie waren so glänzend weiß heller als das Licht heller als die Sonne und sie sangen auch und sie kamen mir entgegen sie kamen immer dichter und dichter das singen wurde immer lauter und lauter und als sie so dicht waren so drei vier Meter vor mir so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte mit einmal trennt sich von der ganze Schein ein junges Mädchen und kommt zu mir sie ist auch in diesem weißen glänzenden Kleid strahlt im Gesicht singt mit denen allen aber kommt zu mir und in diesem Moment wo sie zu mir kommt ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde die wir beerdigt hatten vor zwei Monaten vor meinem Unfall sie war damals 17 Lykämie krank und Ende November war die Beerdigung ich habe als Pastor selbst an der Beerdigung gepredigt und jetzt nach zwei Monaten mein Unfall strahlend so singend kommt sie zu mir kommt ganz nah zu mir ran bleibt vor mir stehen schaut mir so in die Augen und nimmt mich an die Hand und in diesem Moment wo sie mich an die Hand nahm hörten sie alle auf zu singen alles wurde still es war so eine Vorstellung als alle auf was warteten in dieser Stelle hält sie mich so an die Hand schaut mir in die Augen und sagt Andreas du bist auch da sagt ich natürlich wie wunderschön sagt sie und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen meine Lieben es war so eine Vorstellung als wenn der ganze Himmel mir entgegen kam und ich möchte euch heute Mut machen es lohnt sich als Christ zu sein es lohnt sich an Jesus zu glauben es lohnt sich diesen Weg zu gehen uns erwartet die beste Begegnung was wir jemals erlebt haben kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen wie wir dort aufgenommen werden uns werden sie keine rote Teppiche ausrollen wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen und selbst Jesus kommt uns entgegen ich sage immer ich warte auf diese Zeit mein Zuhause ist dort hier auf Erden mache ich nur den Auftrag dem Gott mir gegeben hat ich will wieder nach Hause meine Frau fragt mich dann zwischendurch und wolltest du nicht wieder zurück sagte ich nein ich wollte nicht zurück sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt es gibt keine Zeit mehr keine Strecken mehr ein Augenblick und bin mit einmal über dem Haus wo das Mädchen mal wohnte ein neun Etagen Haus auf der siebten Etage lebt die Frau runter und wieder stört mich nichts kein Dach keine Zwischenwände ich kann alles detailliert sehen was in jeder Wohnung passiert auch in der Wohnung von dieser Familie ich werde das jetzt nicht alles beschreiben das nimmt viel Zeit ein aber wie ich schon sagte nach anderthalb Monaten als sie mich nach Hause brachten wegen meinem gebrochenes Bein war ich so ganz in Gips eingemacht es war gegen die Leute aus unserer Gemeinde wussten dass ich tot war sie haben das mitbekommen von der Ärztin und jeder wollte mal hören was ich erlebt habe die Mutter von diesem Mädchen die war einer von den ersten die zu uns kam sie nahm einen kleinen Kinderstuhl setzte sich so nieder zu mir und als die Leute sich versammelten fing ich mein erzählen davon an ich fragte sie noch fing ich ihr zu beschreiben alles was ich in der Wohnung gesehen habe alles was die ganze Familie gemacht hat mit was sie selbst beschäftigt war in welchem Anzug sie war sie wurde ganz blass sie fing an zu zittern und sagt sie Andreas von wo weißt du das alles du warst ja nicht da aber war das wirklich so aber eins zu eins von wo weißt das alles und da sagte ich ihr von wo ich das wusste für mich war das nur eine bestätigung dass das wirklich so war sie selbst die Mutter von diesem mädchen sie saß im wohnzimmer im sessel ich sagte auch in welchem sessel wie das sessel stand in welchem anzug sie war hat den Kopf so mit den händen zusammen gefasst nach vorne gebückt so auf die knien gestürzt saß im sessel und weinte und sie hat das mir bestätigt ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat mir auch gesagt warum sie geweint hat und ich sah das alles wie sie saß und weinte und die Tränen einfach auf den Boden tropften ich schaute mir das alles an und in diesem Moment höre ich eine Stimme eine Stimme die das ganze Universum durch trank wie ein Donner durch das ganze Universum in diese Stimme spürte man Kraft Macht aber trotzdem Liebe und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken nicht dort oben nicht hier unten auf der Erde nicht unter der Erde und ich konnte gleich verstehen dass jetzt Gott mit mir spricht meine Lieben dort braucht man keine Erklärung dort ist alles selbstverständlich und er stellte mir Fragen es gibt Leute die zu mir sagen wenn ich schon dorthin komme werde ich schon eine Antwort finden ich werde mich schon rechtfertigen meine Lieben wenn wir das noch versuchen werden zu machen das wird der letzte Unsinn sein was wir noch machen werden wir werden vor dem gerechten Gott stehen und wir werden keine Antwort finden wir werden uns nicht rechtfertigen können weil alles selbstverständlich wird sein die erste Frage die er mir stellte was macht diese Frau da ich war so ganz verwundert dachte ich wozu hier noch fragen es ist ja selbstverständlich zu sehen dass sie sitzt und weint und so ganz verwundert sagte ich Jesus sie weint die zweite Frage war wozu und ich fand keine Antwort jede Antwort war einfach Unsinn das ist jetzt nicht gesagt dass Jesus uns verbietet zu weinen aber ich konnte gleich verstehen was Frage war habt ihr denn nichts mehr zu tun als nur sitzen und weinen und ich fand auch keine Antwort ich blieb einfach still ich wusste gar nicht was ich antworten sollte aber er sprach weiter und sagte ich möchte dir was zeigen jetzt schau mal ich hob meine Augen auf unter mir sah ich die ganze Erde eine große große Stadt und mitten von der Stadt fing ein breiter breiter Weg an er fängt dann von der Stadt an ging nach oben über der Stadt entlang buch links ab und verschwand hinter dem Gäusern schau mal auf diesem Weg sagte er ich schaute auf den Weg er war voll voll einfach voll Menschen es war so eine Vorstellung wenn jemand da noch rauf wollte musste er die andere alle auseinander schieben so voll war es und wieder die nächste Frage sagte er ich schaute wieder zurück auf die Erde auf die Stadt und sah noch einen Weg der oft von der Stadt anfing aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal er fängt von der Stadt an ging nach oben immer höher hoch rechts ab und verschwand unter den Wolken schau mal auf diesem Weg ich schaute auf den Weg ich sah da auch Menschen ich habe sie nicht gezählt aber ich glaube wenn ich sie gezählt hätte die Ziffern hätten mir gereicht es waren sehr wenige zum Vergleich zu diesem breiten Weg und wieder die nächste Frage und diesen Weg kennst du auch ich sagte Jesus natürlich der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit im Himmel und er sprach weiter und sagte deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende du wirst wieder zurück gehen ich gebe dir noch Zeit deine Aufgabe wird sein von diesem breiten Weg auf dem schmalen Weg Menschen zu führen die Zeit ist kurz nutz die Zeit aus das waren die letzte Worte nutz die Zeit aus ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper ich machte die Augen auf alles ist dunkel ich bin mit was zugedeckt und konnte jetzt nicht gleich verstehen wo ich bin weil ich keine Gefühle hatte dass ich tot war die Gedanken kamen schnell zu mir ich konnte mich erinnern warte mal ich war im Unfall sie haben mich ins Krankenhaus gebracht aber warum ist alles dunkel wo bin ich und in diesem Moment geht das Tuch auf später wurde es mir gesagt dass jemand kam eine Leiche abzuholen und sie suchten da jemanden und einfach so schnell ich sah die dass sie in der Stelle des Arztes wären ich sah so eine Angst in seinen Augen er blieb steif stehen die ausgestreckte Hand mit dem Tuch und schaut mich so an und die Finger gingen langsam auseinander das Tuch fiel runter und er verschwand hätte wahrscheinlich jeder so gemacht in ein paar Minuten waren die Schwestern da mit einer tragbar ich sage immer die armsten mussten kommen er mit einer tragbaren legten mich wieder darauf und rannten mit mir zurück zum AP Saal das muss jetzt alles so schnell gehen am AP Saal gab es schon helles Licht dass ich was besser sehen konnte sie machten mir in der linken Hand eine Spritze Narkose das sah ich und spürte ich schon auch und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose sah ich wie sie mit einer Schere die ganze Nieder aufmachten sie mussten Ordnung machen mit meinem Körper weil sie ja alles reingelegt haben jetzt mussten sie alles in Ordnung bringen als dann alles fertig war wurde ich auf die Intensivstation rüber gebracht und dort fing der Kampf für mein Leben an nach zwei Tagen montags morgens kam meine Frau die hat sich vorgestellt wurde zum Arzt gebracht der Arzt begrüßte sie und sagte wissen sie ihr Mann lebt sie werden ihn gleich sehen eigentlich lassen wir dort keinem rein aber sie werden wir rein lassen verstehen sie uns bitte richtig wir haben alles gemacht was wir konnten aber er wird nicht leben wir haben zu viele Organe raus genommen aus seinem Körper und solche Menschen leben nicht sie werden müssen Abschied nehmen das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Leben auf dieser Erde bitte weint dort nicht sie fing dann an zu weinen das hat sie mir dann später selbst erzählt beruhigte sich und kam dann zu mir sagt André ich habe alles gerechnet zu sehen aber das was ich gesehen habe war wirklich schrecklich und anderthalb Monate saß sie Tag und Nacht an meinem Bett und pflegte mich meine Lieben ich sage immer meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich wenn wir ich werde gerne meine Belohnung ihr abgeben sie hat es verdient meine liebe Männer schätzt eure Geschenke schätzt die Zeit dass ihr zusammen sein könnt zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben keiner wusste ob ich leben werde aber ich wusste dass ich leben werde weil es Gott mir gesagt hat nach zwei Wochen wurde es leichter wurde ich in ein normales Zimmer rüber geführt noch ein Monat da wurde das gebrochene Bein in Gips eingemacht dann wurde ich nach Hause entlassen noch einen Monat zu Hause im Gips da wurde er runter genommen und den ersten Juni nach vier Monaten nach meinem Umfall kam ich mit meinen eigenen Beinen wieder in meine Gemeinde ich fing wieder meinen Dienst an keiner glaubte das die Ärzte kamen mal einen nach war nicht alles zu Ende diese fehlenden Organe die fehlen mir bis heute viele Untersuchungen viele Krankenhäuser ich konnte jetzt noch vieles was erzählen durch welche Krankenhäuser ich überall durch bin weil mein Körper funktioniert nicht und 2001 kamen wir nach Deutschland in Deutschland wurde ich schon viel mal untersucht in verschiedensten Spitälen die Ärzte haben gesagt so lange bis sie auf dieser Erde mit ihren Beinen rumlaufen bleibt es ein Wunder wir verstehen nicht wie sie leben und ohne einzelne Organe kann man leben aber gemeinsam was sie nicht haben ist unmöglich meine Lieben aber ich lebe sie haben mir streng verboten rumzufahren ich wurde schon paar mal aus Russland mit dem Hubschrauber von den Ärzten zurück gebracht nach Deutschland das letzte Mal wo sie mich nach Haus brachten bin ich dort in Russland zusammen gebrochen weil mein ganzer Körper hat die ganze Belastung nicht ausgehalten meine alte innere Wunden waren geplatzt über 12 Zentimeter ich habe wieder vier Liter Blut verloren bewusstlos haben sie mich zurück gebracht zurück gebracht und das ist eine ganz andere Geschichte und Deutschland im Spital wo ich zu sich kam meine Augen auf machte stand meine ganze Familie meine Frau und sechs Kinder standen alle rund um mir rum sie wurden gerufen Abschied von mir zu nehmen der Professor stand mitten unter ihnen und ich machte meine Augen auf als ich meine Augen auf machte sah ich dass sie alle in Tränen standen ganz still und der Professor als er sah dass ich meine Augen auf machte kam zu mir hat mich an die Hand genommen und die erste Worte was er gesagt hatte sie beten den richtigen Gott an wir hatten keine Chance sie zu retten es war zu weit seitdem hat er mir streng verboten rumzufahren sagte wir verbieten rum zu fahren verstehen sie doch uns bitte richtig ihr körper funktioniert nicht so richtig wie ein normaler körper das ist alles so ausgeschöpft von innen das kann überall platzen und ihr tot kann plötzlich kommen wir schaffen es einfach nicht wir verbieten ihnen ich fragte ihm auch was soll ich dann weitermachen sagt er weiß ich nicht soll ich jetzt einen Sarg kaufen und auf dem tot warten sagt sie werden das unterschreiben wir kommen sie wieder abholen aber wenn wir das nicht schaffen dann tragen wir keine Verantwortung sie fahren auf ihre eigene gefahr meine lieben und ich habe alles unterschrieben ich sage immer es ist besser unterwegs zu sterben als zu hause im bett und will es weitermachen natürlich ist nicht immer einfach ich bin auf Medikamente eingestellt es gibt oft viele Schmerzen aber ich will es machen für meine Familie ist es auch nicht einfach jedes mal wenn ich von zu hause weg fahre ist es für ihnen immer das letzte mal sie haben nie eine ahnung dass ich wieder zurück komme aber ich will es machen heute bin ich hier unter euch und ich möchte jedem von euch sagen es gibt ein Leben nach dem Tod ob das wollen oder nicht wollen glauben oder nicht glauben wir werden ewig leben jetzt schon viele jahre bin ich sehr viel unterwegs nicht nur in russland nicht nicht nur in der ehemaligen sowjet weltweit wenn man so auf der karte schaut von australien aus rund um die erde bis alaska bin ich schon viele viele länder durchgereist wieso die leute finden meine geschichte im internet etliche haben heute schon gesagt mir wir haben sie im internet gesehen sie finden dann meine geschichte und laden mich ein ich war schon in präsident palasten verschiedensten ländern ministern verschiedensten ländern schulen kirchen verschiedene kirchen ich war in moscheen die imams laden mich ein ich war in buddhistischen tempels die lamas und kamba lamas haben mich eingeladen ich konnte jetzt noch vieles was erzählen was sie mitteilen aber wisst ihr was ich festgestellt habe vor was die menschen besonders angst haben auf dieser erde viele sagen von dem tod nein nicht alle haben angst von dem tod es gibt leute die sich in die luft springen die leute haben heute angst ehrlich zu sein für sich selbst wir kennen ja alle betrügen aber sich selbst kennen wir ja nicht betrügen wir wissen ja was in unserem leben abläuft ein kleiner test wie oft werden wir im tageslauf gefragt wie geht es dir was antworten wir gut warum antworten wir so dass sie abhauen dass sie keine anderen fragen stellen sollen obwohl schon alles schief läuft nur wir wissen was in unserem leben abläuft mein lieber freund ich möchte damit heute schließen bevor wir auseinander gehen möchte ich dass du mein lieber freund ehrlich bist für diesen abend für sich selbst zwei fragen finde die richtige antwort für sich und vor gott die erste frage mein lieber freund auf welchem weg befindest du dich heute auf dem breiten oder auf dem schmalen viele wollen irgendwo dazwischen sein nicht dort und nicht dort aber es gibt keinen dritten weg es gibt nur zwei wege wisst ihr dass Gott uns mit Satan nicht teilen will und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen liebe Männer wer möchte seine Frau mit jemandem teilen wir sagen oder ganz oder gar nicht oder ihr Frauen möchte jemand seinen Mann ihren Mann mit jemandem teilen wir sagen oder ganz oder gar nicht und wir haben recht aber warum machen wir das oft mit dem lieben Gott so wir wollen bis hin da und bis hin da es gibt keinen dritten weg oder ganz oder gar nicht auf welchem weg befindest du dich heute und die zweite Frage ich wünsche es keinem aber es kann passieren mein Großvater sagte immer als er noch lebte das habe ich von meiner Oma mitbekommen sagte immer die Alten die müssen sterben weil die Zeit gekommen ist und die Jungen die können sterben ich wünsche es keinem aber wie viele junge Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause und hier ist die zweite Frage ich wünsche es keinem mein lieber Freund wenn dein Herz heute stehen bleibt wo wirst du hingehen irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen ich fuhr damals von zu Hause weg nahm Abschied von meiner Familie und hatte keine Ahnung dass ich nie mehr nach Hause kommen kann aber 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 einem Augenblick war alles stehen geblieben wo wirst du hingehen wie wichtig ist es in diesem Moment fertig zu sein viele fragen mich dann ja wie kann ich mich vorbereiten wir müssen persönlich zu Jesus um unseren Namen reintragen zu lassen in dem Buch des Lebens wir werden ja allemal vor Gottes Thron stehen glauben wir daran nicht glauben waren wir gute oder schlechte Leute ja wir werden allemal vor Gottes Thron stehen stellt euch mal vor wir stehen vor Gottes Thron ein Schritt und wir sind im Himmel aber wir stehen noch hier und das Buch des Lebens wird geöffnet und die Namen überprüft und jeder Namen der dort drin stehen wird wird reingelassen der Namen der dort nicht gefunden wird zu einem anderen Ort gehen müssen und glaubt mir das wird schrecklich sein weil wir verstehen werden dass es keine Wiederkunft geben wird meine Augen meine Lieben wenn unsere Augen zugehen unser Herz stehen bleibt dann ist alles vorbei da hilft kein Gebet mehr da hilft kein Priester mehr selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen dazu hat uns Gott das Leben auf diese Erde gegeben dass wir das regeln solange wir noch leben wenn wir sterben dann ist alles vorbei dann gehen genau dorthin wo wir uns vorbereitet haben viele fragen mich ja aber wie kann ich das machen meinen Namen reintragen zu lassen ich sage im Gebet zu Jesus ja ich weiß ja gar nicht wie man betet nicht schlimm ich kann helfen aber ich kann es nicht für sie machen wir als Eltern können unseren Kindern helfen aber wir können ihnen helfen wir können es nicht für sie machen wisst ihr dass Gott ein Gentleman ist dass er mit Gewalt unseren Namen nie reintragen wird in dem Buch des Lebens er wird immer warten bis wir selbst kommen ja wir können helfen aber wir können nur helfen wir können es nicht für euch machen ich kann es nicht für meine Kinder machen jeder musste selbst warum ich am Anfang meine Kinder Geschichte erzählt habe ich war damals zornig auf meinen Vater dass er so was gesagt hat noch vor dem Tod heute bin ich stolz über ihn er hatte damals den Mut gehabt mir das in die Augen zu sagen ich musste persönlich zu Jesus dass ich in einer christlichen Familie geboren bin ständig zur Kirche zum Gottesdienst ging ein ordentliches Leben geführt habe hat mir automatisch nicht das Recht gegeben in Himmel zu kommen ich musste persönlich zu Jesus um meinen Namen reintragen zu lassen in dem Buch des Lebens mein Vater hatte Recht jeder muss das persönlich machen und das möchte ich heute bevor wir Schluss machen möchte ich euch das anbieten ich möchte dass wir zum Schluss zusammen beten wenn ihr auch das nicht jetzt nicht weißt wie man betet ich kann euch helfen aber ich kann nur helfen ich kann es nicht für euch machen ich möchte dass du mein lieber Freund mal ehrlich bist und mal in dein Leben reinschaust in dein Herz reinschaust dich selbst kannst du nicht betrügen du sitzt wahrscheinlich hier und denkst Mensch ich bin auf dem falschen Weg wenn mein Herz heute stehen bleibt es gibt einfach keine Zufälle du kannst heute was ändern du kannst heute zu Jesus kommen um deinen Namen reintragen zu lassen in dem Buch des Lebens aber das musst du persönlich machen ich möchte euch zum Gebet einladen ich werde langsam beten und wenn das wirklich der Ruf eures Herzens ist könnt ihr mitbeten aber laut möge es Gott hören was sie von ihm wollen und Satan muss das auch hören dass sie jetzt von ihm weg gehen er muss das hören ich möchte euch dazu einladen ich weiß dass es ein Kampf ist innerlich verstehst du ich muss das machen aber Satan will dich nicht loslassen er versteht ja wenn du jetzt mitbetest dann hat er verloren aber das ist deine Entscheidung mein lieber Freund ich lade dich heute ein es sind tausende weltweit gekommen du bist heute der nächste mach es komm wir schließen mal unsere Augen wir werden ehrlich sein ich werde langsam beten und wenn das dein Ruf deines Herzens ist bete einfach laut nach oder mit Jesus ich komme zu dir so wie ich bin ich danke dir dass du mich liebst aber ich erkenne dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin und das war falsch vergib mir ich verlasse den breiten Weg satten ich sage mich von dir ab Jesus ich komme zu dir und ich bitte dich dass du mir meine Sünden vergibst trage meinen Namen in deinem Buch des Lebens ein ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an du bist jetzt mein Vater und ich dein Kind hilf mir diesen Weg zu gehen und treu zu bleiben und bis zum Ziel kommen ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen ich danke dir dass du das machst Amen ich möchte noch kurz für euch beten Jesus ich danke dir für diesen Abend ich danke dir für jedem der heute da war du hast das Gebet von jedem gehört der mit gebetet hat ich habe nur das gemacht was ich sollte machen konnte machen sie gehören nicht mir sie gehören dir ich weiß dass du sie angenommen hast ihnen vergeben hast den Namen von ihnen eingetragen hast in dem Buch des Lebens aber ich weiß dass Satan alles wird versuchen zu machen sie wieder von diesem Weg runter zu bringen dass du ihren Namen aus dem Buch des Lebens löscht das wird Satan alles versuchen zu machen aber gib ihnen die Kraft durchzukämpfen und treu zu bleiben auch alles was ihnen das kosten wird dass sie bis zum Ziel kommen dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen ich segne sie in deinem Namen stelle sie unter deinem Schutz da wo es so schwer sein wird dass sie keine Kraft mehr haben werden weiter zu gehen nehme sie in deine Vater Hände führe sie trage sie aber dass sie zum Ziel kommen ich segne sie in deinen Namen sei mit ihnen und dass sie mit dir bleiben Amen meine lieben danke dass ihr da wart dass ihr so aufmerksam wart ich möchte noch euch was hinterlassen sucht euch unbedingt eine Gemeinde nehmt die Lüge des Satans nicht an ich brauche keine Gemeinde das ist heute so modern geworden viele sagen ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten sie kennen das nicht nur zu Hause sie müssen das zu Hause machen das ist wie ein tägliches Brot aber wisst ihr dass der Feind von uns allein nicht Angst hat ich kann heute die beste Waffen die neueste Waffen haben ich kann die beste Ausrüstung haben ich kann die Ausbildung haben wie man Krieg führt aber wenn ich Feind von mir allein nicht Angst er macht mich mit der Masse kaputt vor wem der Feind Angst hat vor einer Armee und die Armee Gottes ist die Gemeinde um uns kaputt zu machen wird Satan erst uns aus der Gemeinde raus nehmen und da hat er von uns allein nicht mehr Angst er macht uns mit der Masse kaputt suchen sie sich eine Gemeinde schließen sie sich an gehen sie weiter bleiben sie treu da in der Gemeinde wird ihnen geholfen und wenn wir uns nie mehr sehen werden auf dieser Erde mein Zuhause ist dort ich werde auf sie warten ich habe eure Gesichter mir gemerkt ich werde auf sie warten wenn jemand zuerst dorthin kommt warten sie auf mich ich komme auch dorthin da werden wir Jesus zusammen loben und preisen ja ich sage es nur lass es lass es meine Lieben noch 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 was besonderes natürlich sind wir hier mit der Technik so verbunden und aber wenn jemand den Wunsch hat ich habe auch DVDs mit dabei das ist auch in einem Studio aufgenommen in Deutschland und ihr könnt das mitnehmen wir wollen keine Gewinne dadurch machen eine DVD kostet nur 5 Euro da ist natürlich ein bisschen mehr Zeit drauf und ein bisschen mehr was ich darauf gesprochen oder das ist eine DVD kann man auch sehen da wo ich etwas ein bisschen mehr erzähle ihr könnt das mitnehmen zu Hause nochmal nachschauen aber schenkt das jemandem und vielleicht rettet das jemand das Leben ich habe schon so viel was erlebt ich konnte jetzt noch zwei Stunden erzählen was Gott dadurch schon gemacht hat nur ein kleines Zeugnis eine Geschichte es war in Deutschland auf der Autobahn ich fuhr auf der Autobahn und ich sah dass ich tanken muss ich fuhr zur Tankstelle ran habe mein Auto voll getankt komme bis zur Kasse da eine junge Dame und ich reiche ihr meine Karte rüber ich wollte bezahlen und sie nimmt meine Karte gar nicht schaut mich so an ist was passiert sagt sie sie sind der Mann der Trot sagte ich ja aber wo wissen sie das und sie verlässt die Kasse kommt rausgelaufen zu mir umarmt mich die Leute da an der Tankstelle schauen uns an verstehen gar nicht was jetzt los ist was ist passiert sagt sie vor paar Jahre hat jemand hier sein Auto getankt hat bezahlt und bevor er weggegangen ist hat er ihre DVD bei mir auf dem Tisch liegen gelassen auf der DVD steht das den eigenen Tod überlebt und sagst du das war so interessant ich habe es mitgenommen und zu Hause haben wir es mit der ganze Familie reingesteckt haben es uns angeschaut und zum Schluss gab es das Übergabegebet wir gingen die ganze Familie auf die Knie und haben Jesus angenommen haben uns taufen lassen und haben jetzt eine Gemeinde gefunden wir gehören zur Gemeinde und bei mir war immer der Wunsch sie mal zu sehen live sehen und heute kommen sie auf der Tankstelle rein und ich dachte sie kann doch nicht sein dass es er ist und wie hat es gemacht sie keine Ahnung wissen sie es sind ja tausende laufen hier vorbei ich weiß gar nicht wer das gemacht aber jemand hat es gemacht und sowas können wir machen schenkt es jemandem sie werden das heimlich zu hause doch reinstecken mal schauen was da drauf ist aber und das letzte jetzt meine lieben ab heute habt ihr keine Ausrede mehr ihr werdet das nie mehr sagen können ich wusste davon nichts ihr werdet das mitnehmen und was ihr damit jetzt weitermachen wird das ist eure Sache aber ich werde auf euch dort warten Gott segne euch Applaus Applaus Vielen Dank.